Wer eine Webseite betreibt, möchte so viele Besucher wie möglich haben. Dafür ist es wichtig, dass die Internetadresse der Webseite, der sogenannte Domainname, bekannt ist. Wie bei der Adresse zu einer Party kann es jedoch zu Verwechslungen kommen. Der Straßenname kann mehrmals pro Stadt vergeben sein oder Rechtschreib- und Tippfehler erschweren das Ansteuern der Zieladresse. Und manche potenzielle Besucher geben frustriert auf und besuchen vielleicht sogar eine andere Party. Mit United Domains haben Sie die Möglichkeit, all diese Probleme zu umgehen. Durch die Registrierung mehrerer Domainnamen unter verschiedenen Domainendungen erleichtern Sie Ihren Besuchern den direkten Weg zu Ihrer Webseite. Die verschiedenen Domainnamen funktionieren dabei wie ein Shuttle-Service, der alle verirrten Besucher einsammelt und dann direkt zu Ihrer Party bringt. Die Registrierung von neuen Domainnamen ist einfach und kann in wenigen Minuten abgeschlossen werden. Alle Domains können übersichtlich auf uniteddomains.de verwaltet werden. So können Sie zum Beispiel bei jedem Domainnamen eine automatische Weiterleitung auf die gewünschte Zieladresse einrichten. Gibt in Zukunft also jemand Ihre Internetadresse mit einem Tippfehler oder einer anderen Domainendung ein, so landet er trotzdem automatisch bei der richtigen Adresse. Und das Beste! Jetzt finden sogar die großen Suchmaschinen wie Google oder Yahoo ihre Webseite leichter und schwärmen von Ihrer Party. So, dass beim nächsten Mal noch mehr Besucher den Weg zu Ihrer Webseite finden. So weit, hört weiter. So weit. Hier oben ist es Investment. Vielen Dank.